Hallo meine Lieben, ich hoffe euch geht's gut. Jo, jetzt hätte ich mal eine spezielle Frage an euch, ja. In drei Wochen circa ist die Merkel endlich weg. Und eigentlich könnten wir uns ja wirklich sehr, sehr freuen. Wie ist es bei dir? Freust du dich? Oder sagst du dir, naja, was jetzt nachkommt, ist nicht wesentlich besser. Als das, was jetzt 16 Jahre war. Ich werde mich meiner Meinung jetzt einfach enthalten. Und warte auf deine Antwort, ja. Bis dann. Tschüss.